Die Geschichte scheint eigentlich so einfach. Die CSU wird die Landtagswahl in Bayern gewinnen. Und zwar haushoch, glasklar. Söder wird Ministerpräsident. Das sagen zumindest mal alle Umfragewerte. Punkt. Aber es steckt deutlich mehr hinter dieser Landtagswahl in Bayern 2023, als man vielleicht im ersten Moment denken könnte. Es geht um verfehlte Ziele. Die AfD, eine kaputte FDP und einen womöglich ziemlich schwachen Markus Söder. Ein Markus Söder, der die CSU in Bayern nicht mehr zur Altersstärke zurückgeführt hat. Oder zurückführen könnt. Zumindest mal scheinbar. In diesem Video dreht sich also alles darum, warum die Landtagswahl in Bayern überraschend entscheidend, überraschend spannend ist, obwohl sie auf den ersten Blick so easy erscheint. Und damit willkommen zurück. Und falls ihr Bock habt auf mehr Politik hier auf YouTube, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich heiße übrigens Marvin Tachchen zusammen. Übrigens, was alle Parteien für Bayern und auch für Hessen vorhaben, das habe ich ja schon in Videos, in Wahlprogrammvideos zusammengefasst, die ihr natürlich im i auch nochmal verlinkt findet. Also, falls ihr noch das Video vor der Wahl schaut, schaut da gerne rein. Ich habe auf jeden Fall für euch fünf Gründe vorbereitet, die die Landtagswahl in Bayern spannend und entscheidend machen. Und wir beginnen direkt mit dem größten Fisch im Teich, nämlich Markus Söder und der CSU. Wie gesagt, dass die CSU die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen kann, das ist mit Blick auf die repräsentativen Umfragewerte eigentlich außer Frage. Aber nur der Gewinner einer Wahl zu sein, das reicht der CSU natürlich nicht aus. Und zwar schon seit Jahrzehnten reicht denen das nicht aus. Warum? Bis zur vergangene Landtagswahl im Jahre 2018 hatte die CSU jahrzehntelang die absolute Mehrheit im Bayerischen Landtag. Heißt, sie brauchten keinen Koalitionspartner. Die Regierung war ganz alleine, schlicht und ergreifend, die CSU. Zumindest mal die meiste Zeit, wie ihr hier seht, es gab auch mal eine Regierung aus CSU und FDP von 2008 bis 2013. Aber 2018 verlor die Partei dann 10,4 Prozentpunkte gegenüber der Wahl von vor fünf Jahren, also 2013. Man sank von 47,6 Prozent 2013 auf 37,2 Prozent. Die Gewinner damals bei der Wahl waren AfD und die Grünen. Und so kam am Ende eben auch diese neue Regierung, Landesregierung zustande zwischen CSU und den inzwischen ziemlich bekannten freien Wählern. Vizeministerpräsident ist zudem der viel diskutierte und kritisierte Hubert Aiwanger. Markus Söder wurde nur wenige Monate vor der Landtagswahl damals neuer CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident. Und das Wahlergebnis von 2018 war aber auch das zweitschlechteste Ergebnis der CSU in der Geschichte der CSU. Dass die CSU sich wieder zurückkämpft zur alleinigen Partei an der Spitze der Regierung, das war ohnehin so gut wie ausgeschlossen. Aber das Mindestziel war durchaus ein besseres Ergebnis, also für diese Wahl 2023 ein besseres Ergebnis als 2018 einzufahren und zumindest mal auf 40 Prozent wiederzukommen. Noch kann das natürlich passieren, aber die Umfragewerte zeigen ein anderes Bild. Und deswegen wird die Wahl eben auch spannend. Sollte Markus Söder die 40 Prozent also verfehlen, dürfte es schon als kleine Minischlappe, wenn nicht sogar als mittlere Schlappe gelten. Sollte es aber sogar noch schlechter als 2018 laufen und aktuell deuten, wie gesagt, die Umfragewerte darauf hin, wäre das definitiv ein Drama für Markus Söder. Vor allem, wenn man auf dem Schirm hat, dass der Regierungspartner, also die Freien Weder, nach allem Anschein nach sogar stärker werden in Bayern. Und zwar recht deutlich, aber dazu gleich mehr. Söder wird mit Sicherheit nicht seinen Posten als Ministerpräsidenten verlieren, vor allem auch nicht, weil er gerade erst mit 96,56 Prozent zum neuen CSU-Chef gewählt wurde. Also seinen Posten wird er trotzdem mit Sicherheit sicher haben. Mit Sicherheit sicher haben. Das macht natürlich auch viel Sinn. Und falls ihr jetzt denkt, ja, aber 40 Prozent für eine einzige Partei heutzutage noch, wo so viele Parteien zur Wahl stehen und in einem Bundesland, wo es ja im rechten oder rechteren politischen Spektrum ja dann doch einige Angebote gibt, das ist doch gar nicht mehr möglich. Naja, ein Blick in andere Bundesländer zeigt, doch, das ist möglich. 2022 erhielt zum Beispiel die CDU in Schleswig-Holstein bei den dortigen Landtagswahlen über 40 Prozent. Und auch die im Saarland ansässige SPD bekam bei der letzten Landtagswahl dort 43,5 Prozent. Und deswegen sagte auch die Präsidentin des Bayerischen Landtags und die CSU-Politikerin Ilse Aigner, dass 40 Prozent für die CSU realistisch sein sollten. Und es kommt noch was hinzu, denn ein schlechteres Ergebnis im Vergleich zur Wahl 2018 dürfte auch die Kanzlerkandidatenchancen der CDU-CSU für Markus Söder nicht erhöhen. Im Gegenteil, Markus Söder, der es geschafft hätte, die CSU wieder auf 40 Prozent und mehr zu holen, wäre ein gutes Zeichen tatsächlich für ihn gewesen, ja, dann doch Kanzlerkandidat zu werden für die nächste Bundestagswahl. Aber mit einem schlechteren Ergebnis wohl eher weniger. Also die Landtagswahl hat durchaus auch Relevanz für die Bundespolitik. Kommen wir zu zweitens, Hubert Aiwanger. Vorhin habe ich es ja bereits erwähnt, die Freien Wähler in Bayern sind im Aufwind. Bereits bei der Landtagswahl 2018 hat die Partei rund um den Parteichef Hubert Aiwanger ein Rekordergebnis eingefahren. Damals noch 11,6 Prozent, trittstärkste Partei, damals nach der CSU und den Grünen. Dieses Jahr liefern sie sich gemeinsam mit den Grünen und der AfD wohl ein Battle um Platz Nummer zwei. Eines steht aber fest, der Politikkurs, den Hubert Aiwanger auch rund um die Vorwürfe gegen ihn gefahren hat, der hat funktioniert. Er selbst hat die Vorwürfe gegen ihn in Zuspruch umgewandelt. Die Freien Wähler werden vermutlich sogar erfolgreicher werden als ihr bestes Ergebnis bei der vergangenen Landtagswahl. Und das ist auch deshalb entscheidend und wichtig, da es lange Zeit danach aussah, als wären die Grünen womöglich der nächste Koalitionspartner der CSU rein rechnerisch, weil es anders nicht gegangen wäre, wenn man dann mit der AfD nicht zusammenarbeiten wollen würde. Denn ja, es gibt wohl keinen anderen Weg vorbei als mit der CSU an der Regierung einmal mehr. Vermutlich wird es auch keine andere Option geben als Söder als MP und Aiwanger sehr wahrscheinlich als Vizeministerpräsident. Und sollten die Freien Wähler ein besseres Ergebnis einfallen, heißt das übrigens auch, deshalb ist es auch so spannend, dass sie etwas mehr Einfluss innerhalb der Landesregierung mit mehr Sitzenden im Landtag haben können. Außerdem ist darin geht noch spannend, dass Hubert Aiwanger als Person in Bayern laut Infratest-Team-Up sogar fast gleich auf ist mit Markus Söder, wenn es darum geht, wie zufrieden die Bürgerinnen und Bürger in Bayern mit der Arbeit der jeweiligen Politiker sind. Weil die Option CSU und Grüne nun vermutlich komplett vom Tisch ist, hat das ganze auch Auswirkungen auf den Bundesrat und wie dieser auch in Zukunft entscheiden wird. Dort hat Bayern mit Baden-Württemberg die meisten Sitze. Und die Freien Wähler und die CSU sind sich ja schon in sehr vielen Punkten sehr einig. Heißt, da wird sich bei wichtigen Entscheidungen im Bundesrat ausbayern, da wird es wohl immer ein einstimmiges Ja oder ein einstimmiges Nein geben. Wären die Grünen oder sollten die Grünen vielleicht ja doch noch irgendwie mit der CSU eine Regierung stellen nach der Landtagswahl, ist es durchaus auch möglich, dass die Grünen in Abstimmung im Bundesrat anders abstimmen könnten als die CSU. Und eine Regierungskoalition muss übrigens im Bundesrat einstimmig stimmen, sonst sind die Stimmen ungültig. Also, auch deshalb ist diese Landtagswahl in Bayern wichtig und auch entscheidend. Gerade dann, wenn es auch um neue Ampelgesetze geht, die durch den Bundesrat abgesegnet werden müssen. Kommen wir zu viertens, die FDP. Und jetzt müssen wir tatsächlich auch auf die etwas kleineren Parteien mal einen Blick werfen. Denn die FDP, die es 2018 gerade mal so geschafft hat, in den Bayerischen Landtag einzuziehen mit 5,1 Prozent, die stehen ziemlich schlecht da momentan. Es ist gut möglich, dass die FDP es nicht mehr in den Landtag schafft. Übrigens, Randnotiz, auch die Linke wird es sehr wahrscheinlich nicht schaffen. Die stehen sogar noch schlechter da als vor fünf Jahren. Und wir haben ja bereits gesehen, was bei den vergangenen Landtagswahlen passiert ist, als die FDP deutlich an Prozenten verlor in Deutschland. Oft wurde die Schuld wo gesucht? Richtig in der Bundespolitik. Die FDP müsse sich wiederfinden. Sie müsse wieder mehr FDP-Politik machen. Sollte die FDP also deutlich schlechter abschneiden und damit gleichzeitig auch aus dem Landtag wieder fliegen, werden sicherlich auch hier wieder einige sagen, auf bundespolitischer Ebene, die FDP muss sich besser, muss sich mehr profilieren. Und fünftens, AfD, die Grünen und die SPD. Jetzt machen wir mal einen großen Rundumschlag. Auch für die AfD ist diese Wahl nämlich entscheidend, denn aktuell zeichnet sich ab, dass die AfD neben den Freien Wählern die einzigen Parteien sind oder die einzigen Parteien ist, die wirklich hinzugewinnen können bei der Landtagswahl. Das ist tatsächlich auch erst die zweite Landtagswahl der AfD in Bayern überhaupt. 2018 erreichte die Partei aus dem Stand heraus 10,2 Prozent und das Ergebnis könnten sie vermutlich sogar momentan übertreffen. Und auch wenn es so scheint, als wäre es jetzt kein Höhenflug der Grünen, um zu den Grünen zu kommen, man darf nicht vergessen, die Grünen waren in Bayern lange, lange, lange Zeit über Jahrzehnte weg nicht wirklich erfolgreich und kamen nicht mal ansatzweise an die 10 Prozent an. 2018 aber erreichten sie 17,6 Prozent, ihr absolutes bestes Ergebnis in Bayern ever. Und sollten sie ihr Ergebnis zumindest mal erhalten, dann wird das vermutlich mal als Erfolg gewertet. Da sind nämlich damit auch die wohl stärkste linke Partei in Bayern sein werden. Und das ist eben auch wichtig für die SPD, denn die scheint sich in Bayern nach ihrem historischen Tief von 2018 von unter 10 Prozent nicht erholt zu haben. Das steht jedenfalls für die SPD auf dem Spiel, sich in Bayern zu rehabilitieren, zu erholen und alles wieder gut zu machen. Aber danach scheint es wohl nicht ganz auszusehen. Zusammengefasst, ja, der grundlegende Wahlausgang ist wohl ziemlich offensichtlich. Aber wenn eines der größten und einflussreichsten Bundesländer Deutschlands wählt, dann sind da eben noch ein paar mehr Geschichten zwischen den Zeilen zu finden. So, und warum die deutsche Bundesregierung doch ziemlich fleißig ist, anders als viele es sagen oder denken, das erkläre ich euch in diesem Video hier. Danke euch fürs Zusehen, euer Marvin und bis dann.